heute ist es kommt zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Playtiger ja ähm erstmal falls ihr irgendwas von hinterher zuhört dann äh dass meine Eltern äh ja wir packen gerade was und deswegen ja ähm wow wir sind gerade auf skypotion.eu wie ihr gerade vielleicht schon mal gesehen habt ihr am Scoreboard hier und äh ich falle den Show hier mega äh spiel schon ein bisschen länger drauf deswegen hab ich auch den Biest dran ja mach ich mir vielleicht ist so weiter ich bin recht reich mit 18 Millionen und ich feiere es ja mal eben bei 6 7 ich bin echt schön frecschleisch 1 1 1 1 große Hardfest её Sportivko heute dance 3 die die 6 die 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 das war das 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 so ich weiß nicht ob sie mit den Rängen abzieht weil ich mir keinen Rang kaufen ich will schon mal den Impressum und so weiter haben damit es bei euch sicher ist wir hatten schon ein bisschen länger auf dem Server hier was erarbeitet weil ich ihn ganz gut finde ja moin ich darf sie ab und ja wie gesagt mal sagen wir gleich mal an den Kampf ich hab so ein gutes Kit zu mir geholt damit wir ein bisschen kämpfen können ich habe auch noch nicht bekämpft deswegen müssen wir noch mal schauen wir haben es schon du siehst du nicht die Städte und dann verzeiht mich an das Musik und so weiter auf den Standes gut ist ja dass es gut ist und jetzt herunter so klar und nun hat es heißt ja ja nur dann könnt ihr gerne beitreten aus dem Verlose ich einmal den Biest dran kommt einfach mal auf dem Discord der es in der Videobeschreibung verlinkt kommt da einfach mal drauf und dann wenn zehn mitmachen dann wird er verlost wenn zehn teilnehmen und dann ist die die so ich die Machen die Hälfte reale Storffs es geht ja Leute verbrachte Sachen machen Joa, ich geh einfach mal hinten weg, ich warte mal kurz Och du heiliger Ich muss eigentlich jetzt mal rein in den Kampf, ne? Schade, schade, schade Das ist clear Dann geh ich mal auf den Platz und schon mal in die nächste Rüstung Und dann gehts ab gehts der Kampf A-P-D-D-D-D-L-E Ach du heiliger, ich wär fast da runter verflogen Dann Ich hab ja immer gut drin gewesen Ich bin ja sogar echt mal gut drin gewesen Aber schon lang nicht mehr gespielt, also Sky PvP eigentlich die die alle so bei Herrn Bauern was sie wie sie hat auch können das ist ein die 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 das ist Danke! Wo ist da hin? Tragen wir das Beil zu den Garten aus. Das ist echt lame. Ich mach einfach nur die restlichen Stücken kaputt. Wie? Wie? Oh Gott. Oh Gott. Ich hab... Wie? Wie? Ich hätte noch richtig viel Herzen. Ja. Ja, Moin. Wie? Das Team ist ähnlich. Aber ich find's besser. Ich hab mir nicht gededosed, wisst ihr. Deswegen... Ich spiele ich mit uns, glaube ich, auch aktiv. Hat er schon, warum man die auch echt verdient. Ähm, sie wollen... Ich hab nur mehr Spielerspiele drauf. Äh, er hat viel, 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 viel... Ne, wirklich so gut ein Kit. Wie? Wenn du uns noch andere gute Servers kennt, schreib zu mir rein oder schreib generell mal welche rein. Ich will mal ein paar neue Servers generell mal kennenlernen. Und nicht wundern, wenn's dir so raschelt. Bitte. Aber友. Früher war es auf meiner. Ec-safen-Nummer-Slish. Na komm, ich mach hier's einfach nicht. Ich habe keinen Bock gerade zu klären, weil ich noch ein paar coole Sachen habe. Gut, ja. Das war es dann eigentlich auch schon wieder mit diesem Video. Ich wünsche euch noch wunderschöne Ferien. Bis dann. Ciao. Danke, dass du es wieder ein bisschen angeschaut hast. Mich würde das freuen, wenn du mich abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du auch gar kein Video von mir verpasst. Wenn es dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann lass doch ein Dislike da. Aber am besten wäre es, wenn du mir einen coolen Kommentar schreibst, wie zum Beispiel Hashtag PlayTigerArmy. War ein cooles Video. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.